Weil nicht, das ist schließlich mein Handy. Wobei, wenn du unbedingt möchtest, bitte sehr, das ist für dich. Danke dir. Oh nein, das ist eine Kakerlake, nein. Oh, wie ekelhaft. Was für ein Albtraum. Alex, sie sitzt auf deinem Kopf. Was, nein. Das werde ich nicht zulassen. Warte, dass du wegkommst. Okay, das habe ich geschafft. Dann kann es weitergehen mit meinen Süßigkeiten.